Kräftiges, üppiges Haar vom Ansatz bis in die Spitzen. Hand aufs Herz. Wer wünscht sich das nicht? Die Lösung heißt Hairdreams. Was bis vor kurzem noch ausschließlich Hollywoodstars vorbehalten war, darauf haben sich Uli Haberhauer und ihr Team im Haarstudio 21 in Baden spezialisiert. Die Profis nehmen sich Haarverlängerungen und Verdichtungen an. Feinste Strähnchen werden mittels modernster Technik unsichtbar mit dem Eigenhaar verbunden. Die Beschaffenheit des natürlich gewachsenen Haares und der Kopfhaut bestimmt die individuelle Methode, die dabei angewandt wird. 100%iges Echthaar und hochqualitative Produkte der Firma Schwarzkopf mit Sea Hair Spa führen kombiniert mit der Erfahrung des Teams in der Regel zu verblüffenden Ergebnissen. Weitere Schwerpunkte sind unter anderem individuelle Haartypanalysen und Beratungen sowie spezielle Schnitt- und Färbetechniken. Entspannende Kopfmassagen mit Musik und diversen Düften runden das Angebot ab. Ausführliche Details erfahren Sie unter www.hstudio21.at